Nira Lamba Seto Bandhasana ist die Brücke, die nicht unterstützt ist. Seto Bandhasana ist die Brücke, Nira Lamba heißt nicht unterstützt. Du hast dabei die Arme zum Himmel hin, zum Beispiel die Handflächen zusammen, Becken oben, Füße zusammen und atme tief ein und aus. Nira Lamba Seto Bandhasana fordert etwas mehr Kraft in Rückengesäß und Oberschenkeln und richtet dich aus zum Himmel hin.